Hallo zu einer Welcome Ausgabe von Let's Play Assassin's Creed Brotherhoods. Wir sind hier am Vatikan und gehen ein neues Romulus-Grad an. Mal schauen, was uns diesmal erwartet. Hast du den Weißer Ritter gesehen? Ich bin nicht der Weißer Ritter. I'm the Dark Knight. Okay, falsches Spiel. Ein Wolf im Schafspilz. Hui. 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 Ein Zeitlimit. Und wir wissen ja wie Zeitlimits für mich immer enden. Ja, Achtung Speergebiet, das hab ich auch schon gehabt. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Und das ist nicht. Wie ist das? Was ist das denn? Habt ihr gehört? Der Baron de Valois ist tot! Shit! Verdammt, verdammt, verdammt! Hätte ich doch in den stehenden... In die stehende Gruppe gehen sollen. Verdammt, verdammt, verdammt! Ach nein, komm schon! Kann ich das nicht überspringen? Et filius et spiritus sanctus! Amen! Amen! Ite missa est! Deo gratias! Okay, wer bin ich jetzt? Oh! Okay, Ziel lokalisiert, alles klar! Hi! Okay, da ist eine Gruppe, die stehen bleibt, da zuerst untertauchen. Wenn die Herren hier vorbeigehen, irgendwie... Hoffe ich doch mal, dass die da vorbeigehen. Oh, Mann! Du bist tot! Nein! Nun wird sich Bartolomeo d'Albiano sicher... Ich hasse diese Untertauchen-Mission. Ja... Und dann wieder diese Cutscene, meine Güte. Ich wünschte, man könnte diesen Scheiß überspringen. Wie in jedem anderen Spiel. Benedicat vos omnipotens Deus! Ja, keine Karte verfügbar, das ist mir schon klar. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen! Ite missa est! Deo gratias! Vielleicht heißt das aber auch? Irgendwie... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja... Ja... Okay... Mal schauen, wo die hinlatschen. Okay, es funktioniert nicht. Okay... Hier mal abwarten... Ja, was denn? Okay... Okay, was habe ich für eine Mission? Folgen? Dem Kardinal folgen. Also nicht eliminieren. Okay... Hier ist nichts, hier gibt's nichts zu sehen. Hier ist nichts, hier gibt's nichts zu sehen. Habt ihr gehört? Der Varun de Valois ist tot. No! Nun wird sich Bartolomeo Dalbiano sicher gegen den Papst erheben. Das bringt Cesares Feldzug ins Stocken. Wäre das denn so schlecht? Wohl nicht. Sein Name ist Ezio Auditore. Wer? Der Assassine. Er ermordete den Vatrier. Man sagt, er könne durch die Hallen des Vatikan wandeln und niemand könne ihn aufhalten. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Vielleicht wird César des Herrschaft bald entgegen... Ich schreibe die Predigt. Und hinterlege sie euch im Schreiben. Passt auf, dass sie überzeugend wirkt. Mit Leidenschaft. Unsere Anhänger tun, was wir ihnen sagen, Patrone. Sie glauben, ihr Gott spricht zu ihnen. Ben! Habt ihr den Schlüssel, ihr Patrone? Ah! Möge der Herr mit euch sein! Und auch mit euch, Patrone. Interessant. Interessant. Den Kardinalfolgen, ja wie denn? Hatte ich mir jetzt? Ich bin... Ach, kann ich da etwa drücken? Ist ja natürlich cool. Sehr schön. Nee, das fällt ja gar nicht auf. Oh nein, renn auch noch. Oh je, ich mag ja sowas überhaupt nicht. Wo muss ich denn jetzt nach? Anscheinend hier, oder? Oh Gott, diese scheiß Kamera. Schon wieder eine scheiß Kamerafahrt. Ich mag sowas überhaupt. Wenn ich die Kamera nicht selber... Ja, das ist super. Großes Tennis. Ja, und jetzt, jetzt... Ich hasse sowas. Wenn man die Kamera nicht bewegen kann, wie man's braucht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Warnung zum... Ja, bla, komm. Ja, Warnung zum Ziel, bla, bla. Okay, das heißt für mich... Ja, wo... Wie soll man da hochkommen, bitte? Okay. Toll. Das bringt auch... Auch nichts. Ich hab keine Ahnung. Will er mir sagen, dass ich dann da hinspringen soll. Ich hab... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt sagt er mir wieder, Achtung. Ja, bla, bla, bla. Komm. Schleicht nicht. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Komm. Ja, bla, bla, bla. Super. Sicherheitshalber. Aha, da ist der Kärme. Ja, das war's. Das war's. Nee, ich muss wieder durch die Kathedrale schleichen. Dann krieg ich aber Anfall. Assasino. Ihr kriegt mich nicht. Äh, ja. Ja, das war's hier schon. Mein Aufstieg bringt mich näher zu Gott. Und fahrt von euch, Assasino. Ja, steig halt wie ein alter Opa, komm. Ja, was machst du für ein Bullshit? Meine Herr, nicht. Ja. Meine Herren, diese scheiß Kamera ist zum Kotzen. So, jetzt stürzen wir wieder da paar Mal ab. Jetzt, du bist der Spacko vom Herrn. Du bist der Spacko-Fick da vom Herrn, echt? Entschuldigung für meine Aussprache, aber ich mach was komplett anderes. Durch diese scheiß Kameraführung. Da hat sich Ubisoft echt kein Gefallen getan. Ja, Spacko-Fick. Bewegungs-Liga-Stheniker-Ezio-Auditore. Echt? Das hab ich grad ausgedrückt. Ja, das hab ich nicht gewollt, hab ich doch nicht gedrückt. Aber mach ich. Ich hasse diese scheiß Kameraführung, echt. Da hat sich Ubisoft echt kein Gefallen getan. Okay, wie haben wir das geschafft? Irgendwie. Okay, was ist denn der hier? Ach, da müssen wir lang, weil der... Ah, okay. Okay, versuchen wir uns mal so rum. Ja, und schon sind wir doch da. Checkpoint erreicht. Sehr schön. Sehr schön. Natürlich fällt dann aller Leid da vorbei. Oh Gott, diese Kamera. Ah ja, komm. Dann kette ich halt da rein. Hi. Oh, okay. Es war jetzt gut, dass du da... Ja, ich weiß. Entfernung zum Ziel. Ach, fick dich halt. Ich hasse so ein bisschen, ganz ehrlich. Die Nerven sind... Die kann man nicht entspannt angehen. Ja, den Kardinal. Ich weiß. Aber ich muss sagen, dafür, dass es eigentlich ein Kirchenwürden-Träger ist, ist er ganz schön fit unterwegs. Wo ist denn das? Das ist ja ganz schön. Also... Ich weiß nicht, dass er es ist, dass er nicht mehr auskommt, er ist. Also... Ich weiß nicht, dass das nicht mehr auskommt. Anscheinend ist Gott auf meiner Seite, Assassino! Ja, kranklos. Ja, komm schon. Sehr schlimm, wenn wir dann wieder... Ach, Alter! Ja, kletter doch! Ja, komm, das gibt wieder auf dem Checkpoint, das sehe ich jetzt schon. Ja, sch... Bring halt! Ey, Cio, du bist ein Spacko vom Ehren. Du bist ein Spacko. Oh, ich spreng mal einen Zentimeter, yay, daneben, juhu! Wieso, du solltest echt in... echt in Therapie gehen. Oh! Ja, Entfernung zum Ziel verringern, ist schon klar. Ja, spring halt, ja je, mach halt hinne. Was wollt ihr, Acasino? Die Anhänger Romulus arbeiten für den Park. Ach, was da geht's denn? Natürlich! Sie sind unwissend! Wir sind erleuchtet! Ihre Grausamkeit treibt das Volk in das Licht der Kirche! Was ist denn der Dreckssackling? Ja, super, ich lache gleich. Okay, alles klar, ja, komm, ich weiß schon, wo ich lang war. Easy, komm. So, komm, schau. Ja, komm, scheiß auf die volle Sinn, ganz ehrlich. Wie scheiß ich jetzt. Ihr könnt nirgendwo hin. Törichter Narr, ihr führt Krieg gegen die, dank derer sich die Menschen nicht gegen Recht und Ordnung auflehnen. Och süß. Eure Ordnung ist ohne jedes Recht. Heißt das, wir haben's geschafft in voller Sinn mit meinem Blattschuss? Requiescat the Punch. Also der Counter, der Warn-Counter ist noch am runterziehen. Ach, bitte sag nicht, dass du hängen geblieben bist. Bitte nicht. Alter, bitte sag mir nicht, dass du hängen geblieben bist. Okay, Minimap steht noch, lässt sich drehen. Karte sagt er auch, kein Ding. Aber er sagt, ich lade. Hm. Er sagt mir, die und die Assassin-Mission erfolgreich. Aha. Wie sagt die erfolgreich, die Assassin-Mission? Er ist hängen geblieben. Ein Grafikpack, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, das wird sich nicht weit. ok spielen wir das ganze blind ich komm mir vor wie beim boot fahren ah es hört sich gut dann hört sich nach dem schlüssel an und die letzte ja 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 Ah ha. Oh je. Ok, wir gehen wieder drüben. Ok, das scheint der Ausgang zu sein, so wie ich bisher. Ja, und endlich mal wieder. Das ist ja kein Wunder, wenn ich nichts sehe. Ach. Gut. Sehr schön, wenn man halt etwas ist. Da ist er wieder. Ne, das ist... Äh, äh, äh. suchen sie das versteck okay also jetzt schon mal vielen dank fürs zusehen von dem etwas missglückten ende mal abgesehen ich hab jetzt sogar noch die kisten geflündert aber nachdem ich nicht weiß wo die kisten waren wäre es ein bisschen sinnlos gewesen erst mal vielen dank fürs zusehen wir sehen uns nach der assassinszeremonie weil wenn ihr die zum x mal seht ist es für euch langweilig und braucht man nicht unbedingt also bis zum nächsten mal danke fürs zusehen und ciao